Lesen Sie weiter Sehr zufrieden mit diesem Produkt? Tolle Qualität und Funktionalität. Aber share! Super Gerät Lieferung erfolgte prompt. Produkt war original verpackt und somit vollständig. Zusammenbau und Inbetriebnahme sind nahezu selbsterklärend. Ein wenig Erfahrung mit Werkzeug schadet hier nicht, damit beim Anschauen nicht alles auseinanderfällt sollte man einen Tisch oder Werkbank haben. Die Tools sind untereinander in unter einer Minute wechselbar, funktionieren alle tadellos. Die Heckenschäber ist sicher nicht das Highlight aber sie tut was sie soll und das ohne Tadel. Der hohen Taster schneidet wie Gift auch dünnere Baumstämme bis 12 bis 15 cm Durchmesser. Der Motor startet leicht und schnell, hat unerwartet viel Kraft für die 33 cm³ und ist für alle gängigen Arbeiten ausreichend stark dimensioniert und der Tank ist groß genug für eine Stunde Spaß im Garten. Die Idee, deutsche Qualitätsprodukte mit einem so herrlichen Namen anzubieten, wirkt natürlich bei Männern vielfach anziehender als ein schnöder Name ohne Klang. Kann meinen Lamborghini uneingeschränkt weiterempfehlen. Superb Engineering Quality, very comprehensive manual. Very good value for money. Highly recommended. Top. Time. Läuft wie er soll. Bei der Verlängerung handelt es sich um ein Vierkant-Gewinde. Wir benötigen aber eine Mehrfachverzahnung. Vielen Dank. Top. Ich habe schon viel im Garten mitschneiden können. Alles funktioniert einwandfrei. Top für den Preis. Sehr robust. Leicht zu montieren. Habe ohne viel Mühe alle Hecken und Bäume beschnitten. Super Ergebnis. Etwas schwer aber dadurch kraftvoll. Habe das Gerät jetzt seit meinem Gebrauch. Pluspunkte, kräftiger Motor, einfacher Zusammenbau und Wechsel der Werkzeuge, stabile Ausführung springt immer ohne Probleme an und ist auch nicht übermäßig laut, ist halt ein Benziner und kein Akku. Motor bleibt an, wenn man Gas wegnimmt und das Gerät immer. Um einen Stein zu entfernen, die abknickbare Teleskop-Heckenschere säbelt wirklich gut was weg. Auch dickere Äste kaum ein Problem. Alles was noch dicker ist, schafft dann die Kettensäge am Hochen Plaster garantiert Minuspunkte. Die Griffhaltung ist für die Verwendung des Freischneiders sehr ungünstig. Klick Link in Description für mehr Reviews. Thanks for your watching. Wechsel die Verwendung des Freischneiders. Wechsel der Verwendung des Freischneiders. Untertitelung des ZDF, 2020